Ich habe gerade jemanden kennengelernt. Sie sah mich an und lächelte. Was ich in ihr sehe, ist offensichtlich. Was sie in mir sieht, das wirft ein paar Fragen auf. Wie war die Show? Ich habe sie fertig gemacht. Und wie lief es bei dir? Ich habe sie gerettet. Wir bitten Sie, sich ruhig zu verhalten. Nehmen Sie einen letzten tiefen Atemzug. Die Wahrheit lautet, ich bin krank. Verliebt zu sein, macht mich krank. Jetzt wird alles gut. Das verspreche ich. Also, fangen wir an.